Ja, hallo und herzlich willkommen zu Inside.ai, unserer Videoreihe zum Thema generative künstliche Intelligenz und die Chancen und Anwendungsfälle insbesondere für die Industrie. Heute soll es um das Thema Bildgenerierung gehen und zwar mit dem Tool Midjourney. Midjourney ist ein Anbieter für Text-to-Image, das heißt per Texteingabe können Bilder generiert werden und das zeige ich euch einfach mal. Das Ganze funktioniert aktuell noch über den Chat-Client-Discord. In Zukunft soll es aber auch ein Interface über die Midjourney-Webseite geben, wo man dann direkt dort auch Bilder generieren kann. Midjourney ist ein kostenpflichtiges Angebot, es fängt bei rund 10 Dollar im Monat an für eine bestimmte Anzahl an Bildern, die man dann generieren kann und es gibt dann auch teurere Pläne, mit denen man mehr Bilder generieren kann. Das Ganze seht ihr einmal hier im Chat-Client-Discord, wie gesagt. Dort muss man mit dem Midjourney-Bot chatten, um Bilder generieren zu lassen. Ich habe jetzt in diesem Fall tatsächlich einfach einen privaten Kanal geöffnet und in diesem Kanal kann ich dann den Midjourney-Bot einladen und mit ihm chatten. Um ein Bild zu generieren, gibt man den Befehl Imagine ein und muss dann den Prompt eingeben. Der Text-Prompt, das ist im Prinzip der Befehl, der dem System sagt, was für ein Bild generiert werden soll. Ich fange einmal mit einem ganz einfachen Beispiel an. Das Ganze funktioniert aktuell nur auf Englisch. Ihr müsst also darauf achten, dass ihr den Text-Prompt entsprechend auf Englisch eingibt. Wir fangen an mit einer Katze auf dem Mond. Es ist so, dass zu diesem Befehl standardmäßig immer vier Bilder generiert werden. Wir sehen, wie sich das Bild jetzt hier langsam aufbaut. Das System startet mit einem verrauschten Bild und in diesem Bildrauschen versucht, das System dann bestimmte Formen zu erkennen, die dem Text-Prompt zu entsprechen. Das läuft bei allen Diffusion-basierten Modellen so ab. Wenn wir uns einmal anschauen, wie die Bilder jetzt als Ergebnis geworden sind, sind das tatsächlich schon sehr hochwertig aussehende Bilder. Mit Journey ist aktuell eins der besten verfügbaren Tools zur Bildgenerierung. Ist, wie gesagt, kostenpflichtig. Es gibt zahlreiche kostenlose Modelle, die man auch lokal auf dem eigenen Computer benutzen kann. Das Ganze ist dann etwas aufwendiger. Das werde ich euch in einem zukünftigen Video aber auch zeigen, wie ihr das hinbekommen könnt. Wir haben also hier jetzt vier Fotos von einer Katze auf dem Mond. Unter diesen vier Bildern seht ihr jetzt verschiedene Buttons. Die sind einmal mit U1 bis 4 beschriftet und auch mit V1 bis 4. U, das steht für Upscale. Das heißt, wir können uns die Bilder vergrößern lassen. Ich kann beispielsweise Bild 1 hochskalieren lassen. Und V steht für Variate. Man kann da entsprechend die Bilder als Ausgangsbild nehmen und leicht anpassen lassen, wobei das System die Anpassung durchführt. Man hat also keine Kontrolle, wie die Anpassung aussehen wird. Wenn ich das Bild hochskaliert habe, dann habe ich weitere Optionen. Ich kann das Bild noch einmal zweifach oder sogar vierfach hochskalieren. Das hat dann am Ende eine schon sehr hohe Auflösung. Das heißt, die Bilder eignen sich im Prinzip auch für den Druck, wenn ich die so mit vierfach hochskaliere. Ich kann hier wieder Variationen machen oder ich kann einzelne Regionen variieren lassen. Das wird auch als Inpainting bezeichnet. Ich kann beispielsweise jetzt den Mond markieren und könnte dann angeben, dass ich statt des Mondes beispielsweise eine Sonne sehen möchte. Ich markiere mir also jetzt hier den Mond. Das gebe ich frei. Und dann bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Und hier sehen wir jetzt die variierten Bilder, wo der Mond entsprechend nur verändert würde. Der Rest des Bildes ist gleich geblieben. Dann habe ich auch noch die Möglichkeit, aus dem Bild heraus zu zoomen. Wenn ich jetzt beispielsweise zweifach heraus zoome, nimmt er das Bild als Ursprungsbild in der Mitte und versucht drumherum Inhalt zu erzeugen, der zu dem Bild passt. Das wird auch als Outpainting bezeichnet. Das ist auch eine Funktion, die beispielsweise Adobe Photoshop mittlerweile integriert hat. Auch das können wir uns einmal anschauen. Und wir sehen, es sieht so aus, als hätten wir die Kamera ein Stück zurückgesetzt und haben im Prinzip mehr Bildinhalt um das Ursprungsbild drumherum. Das Ganze ist standardmäßig im Format 1 zu 1. Wir haben also quadratische Bilder. Wenn ich ein Bild in einem anderen Bildseitenverhältnis haben möchte, dann muss ich das mit einem Parameter angeben. Das mache ich wie folgt. Und zwar nehme ich wieder das Beispiel einer Katze auf dem Mond. Und jetzt kann ich zweimal einen Binnenstrich eingeben, die Abkürzung AR für Aspect Ratio und beispielsweise 16 zu 9. Das ist also das Format, was wir von unseren Fernsehern beispielsweise kennen, als Bildseitenverhältnis angeben. Und jetzt wird er mir vier Bilder in diesem entsprechenden Bildseitenverhältnis generieren. Das dauert wieder einen Moment. Wir sehen wieder, wie sich das sukzessive aufbauen wird und werden dann gleich das Ergebnis sehen. Die Bilder sehen anders aus als die quadratischen Bilder. Das System generiert bei jedem Befehl komplett neue Bilder. Es gibt eine Einstellung, mit der man es schafft, nochmal die gleichen Bilder zu generieren. Das ist der sogenannte Seed, den man eingibt. Und das ist eine Möglichkeit, wie man beispielsweise ein Bild nochmals generieren lassen kann. Man kann versuchen, über Veränderungen der Texteingabe entsprechend das Ergebnis in eine andere Richtung zu steuern. Aber natürlich die Kontrolle, die man über die Bilder hat, sind begrenzt. Das ist zum Beispiel anders als bei Stable Diffusion. Da gibt es sehr viele Plugins, die von der Community entwickelt werden, mit der man die Bilder dann in bestimmte Richtungen lenken kann und sehr feingranular tatsächlich das Ganze einstellen kann. Aber wie ihr seht, sind die Ergebnisse sehr gut. Die Bilder sehen sehr realistisch aus, teilweise auch stark stilisiert. Das Ganze ist tatsächlich auch ein Stück weit kontrovers, da das Modell bzw. diese Modelle natürlich mit frei zugänglich oder frei verfügbaren Bildern trainiert worden sind und davon auch viele Bilder tatsächlich urheberrechtlich geschützt sind. Und insbesondere gibt es Künstler, die sagen, dass dieses Tool urheberrecht verletzt, indem neue Bilder erzeugt werden, die gegebenenfalls teilweise existierenden Bildern entsprechen bzw. diese Bilder als Referenz beim Training genutzt hat. Das Ganze ist aktuell noch ungeklärt. Es gibt dazu keine Rechtsprechung, die sagt, dass diese Bilder urheberrechtlich schützenswert sind. Dementsprechend ist es aktuell tatsächlich noch als Grauzone zu bezeichnen. Es gibt tatsächlich auch unterschiedliche Versionen des Algorithmus, den man angeben kann. Wir können uns einmal anschauen, wie das Ganze aussehen würde, wenn wir die allererste Version benutzen, die mit Journey veröffentlicht hat. Das mache ich, indem ich den Parameter V angebe und dann Version 1. Und wie ihr gleich sehen werdet, hat das nichts mit den Bildern zu tun, die mittlerweile generiert werden können. Und die Version 1 wurde vor rund eineinhalb Jahren veröffentlicht. Das zeigt einfach nochmal auf, wie sehr sich die Technologie verbessert hat in der Zeit und wie schnelllebig das Ganze tatsächlich ist. So, man kann jetzt schon erkennen, dass eine Art Mond dargestellt wird. Die Katze kann ich noch nicht so wirklich erkennen. Unten links etwas Katzenähnliches. Aber es wird deutlich, dass tatsächlich die allererste Version von Mid Journey noch keine Bilder erzeugen konnte, die in irgendeiner Art und Weise wie echte Bilder oder realistisch aussahen. Wie gesagt, das zeigt einfach nochmal den Technologiesprung auf innerhalb kürzester Zeit. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wofür können wir das Ganze einsetzen? Im Kontext der Industrie sind natürlich insbesondere Anwendungsfälle interessant, bei denen wir Bildmaterial brauchen, die bestimmte Szenen darstellen. Beispielsweise eine Workshop-Szene oder aber eine Szene in einer Fabrik. Interessanterweise ist da natürlich die Einschränkung, dass das Tool im Prinzip vorgibt, was gezeigt wird. Man kann versuchen, bestimmte Hersteller anzugeben, bei Fahrzeugen beispielsweise, bei Maschinen. Aber ob das Ergebnis dann hinterher der Realität entspricht, kann keiner voraussagen. Ich beispielsweise nutze das Tool oder auch andere Tools teilweise, um eine Präsentation mit Bildern anzureichern, die dann jeweils zum Thema passen. Allerdings würde ich dafür plädieren, dass man es auch nicht übertreibt, also stumpf jedes einzelne Bild generieren lässt, unabhängig davon, ob das Endergebnis dann tatsächlich zufriedenstellend ist. Die Tools haben tatsächlich noch Einschränkungen. Beispielsweise war es lange Zeit so, dass Hände von Menschen nicht akkurat dargestellt werden konnten. Das ist teilweise gelöst, teilweise auch nicht. Gerade wenn es um kleinere Darstellungen von Menschen geht, sind die immer noch nicht realistisch. Das können wir einfach mal ausprobieren, indem wir ein Foto... Wir nehmen einfach mal den Befehl einer Menschenmenge, die die Hände hochhalten bei einem Konzert und schauen dann mal das Ganze in 16 zu 9 und einmal mit der aktuellsten Version von Midjourney. Das ist die Version 6. Um die Version 6 zu benutzen, muss man aktuell tatsächlich noch den Parameter V6 angeben und dann schauen wir uns mal an, wie das Ergebnis aussieht, ob das Ergebnis überzeugend ist oder ob wir noch erkennen können, dass es sich um ein KI-generiertes Bild handelt. So, es ist fast fertig gerendert und wir schauen uns die Bilder einmal an. Ich würde sagen, wir skalieren alle Bilder einmal hoch und schauen uns dann an, wie gut das Ergebnis geworden ist. Hier kann man schon erkennen, diese Hand hier in der Mitte beispielsweise sieht ganz gut aus, aber hier am Rand ist es doch teilweise etwas komisch. Hier scheinen einige Finger zu fehlen. Das sind also Stand heute gewisse Dinge, an denen man solche Bilder noch erkennen kann. Ich glaube aber nicht, dass das noch lange so bleiben wird, wenn wir uns anschauen, wie schnell sich die Technologie weiterentwickelt. Wenn wir jetzt ein Bild generieren wollen für eine Präsentation beispielsweise, dann hilft es, bestimmte Keywords einzugeben. Beispielsweise, indem man ein Foto als Stockfoto beschreibt. Kann ich eingeben, Stockfoto. Zum Beispiel Stockfoto von einer Geschäftsumgebung. Stockfoto von einer Situation in einem Unternehmen. und beispielsweise Stichworte wie Data Science und das Ganze wieder in 16 zu 9 und in der Version 6. Das ist also klassischerweise etwas, was man beispielsweise für die Beschreibung eines Workshops nutzen könnte. Solche Bilder eignen sich beispielsweise ganz gut als Hintergrundbilder in Präsentationen. Wenn man vollformatige Bilder auf einer Folie zeigen möchte, wenig Text, dann ist so etwas tatsächlich ganz gut geeignet, um das entsprechend zu verwenden. Man kann das Tool natürlich auch für Inspiration nutzen. Wenn ich beispielsweise in einem Unternehmen arbeite, was Möbelstücke entwickelt und herstellt, dann kann man natürlich mit bestimmten Worten versuchen, ein Möbelstück zu beschreiben und einmal schauen, was das Tool mir dabei ausspuckt. Wie gesagt, das Tool wurde trainiert auf Basis frei verfügbarer Bilder. Aber das Tool kann durchaus auch Dinge ausgeben, die so in der Realität nicht existieren. Kann also tatsächlich auch für den Ideation-Prozess genutzt werden. Und das probieren wir einfach mal aus. So können wir uns beispielsweise ein Foto von einem futuristischen Stuhl erzeugen lassen und schauen uns an, ob das vielleicht etwas ist, was wir in unserem Design-Prozess tatsächlich verwenden können. Hier sehen wir jetzt vier Beispiele eines futuristischen Stuhls. Das sieht tatsächlich schon relativ abgespaced aus. Was wir natürlich auch machen können, ist den gleichen Prompt wieder zu verwenden und anzupassen. Zum Beispiel könnte ich noch angeben, dass der Stuhl aus Holz gemacht sein soll. Das Schöne an diesem und auch den anderen Tools ist, dass man seiner Fantasie freien Lauf lassen kann und ausprobieren kann, was für Ergebnisse man auch mit unüblichen und eigenartigen Wortkombinationen erhalten kann. Es gibt da ganze Communities, die sich mit dem Thema beschäftigen und verschiedene Prompts ausprobieren und die auch teilen. Zum Beispiel auf Reddit gibt es ein entsprechendes Forum für Mid-Journey, wo die Leute dann auch ihre Ergebnisse präsentieren. Und ich plädiere tatsächlich immer dafür, dass man selber diese Tools ausprobieren kann. Es gibt auch kostenfreie Alternativen zum Mid-Journey, auf die ich im nächsten Video eingehen werde. So viel zum Thema Mid-Journey. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da und abonniert unseren Kanal. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.